Schauen wir mal die Verdunklung ab, haben wir ja ein bisschen eine Erziehung. Der Roman hält fest, wir haben jetzt nicht nur patina-lackierte Autos gehabt und haben uns mit In Rust We Trust auseinandergesetzt, weil wir der Bundesregierung nicht trauen, sondern wir sind an einem Hinweisschild vorbeigekommen, dass es hier auch ein KZ-Denkmal gibt. Und nachdem wir, anders als viele andere Menschen, glauben, dass man tatsächlich niemals vergessen sollte und Faschismus nie wieder aufleben lassen sollte, machen wir dem, passend in einem etwas patinierten, rostbraunen Schild, jetzt eine kleine Auffahrtung. Und wir haben die Ortskundigen und Einheimischen hier gefragt, die haben uns den Weg gewiesen und hätten uns eigentlich den Weg nach Zipf gewiesen, weil sie sofort erkannt haben, wo wir hinwollen. Aber Tatsache ist, hier stehen wir nun und der Roman wird es im Schweigen kurz festhalten. Und ja, gut ist es. Und ja, gut ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist der Feuerzeug. Ja, indem ich keine Kerze mit habe und man hier auch schon die Scheibe beschädigt hat, wird es die leere Kerze bleiben.